ja willkommen die folie die hammer quasi schon hier geht es um ein mikrocontroller die konferenz ist also primär über den raspberry pi und deshalb habe ich gedacht ich mache mir so ein bisschen eine einordnung viele können wahrscheinlich den raspberry manche kennen vielleicht auch den arduino pc kennt auch jeder und jetzt geht es also um diesen esp 32 das ist dieser kleine chip hier man sieht auf der kamera das was hier so silbern so ein bisschen glänzt und ich habe einfach mal so paar daten aufgeführt cpu ram massenspeicher und durchsatz also was so ein ausgabeleistung angeht ist natürlich der pc am schnellsten von dem was man so üblicherweise hat raspberry pi ist auch ganz gut danach kommt wahrscheinlich dieser hier und der schwächste in dieser reihe ist dann der arduino weil das ist ein bisschen ein älterer mikrocontroller bei der leistungsaufnahme sieht so ähnlich aus ich habe der esp 32 und arduino also parallel aufgeführt weil das wusste ich nicht so genau das hängt wahrscheinlich im endeffekt auch davon ab was ihr macht wenn natürlich bei dem ding wlan bluetooth alles gleichzeitig an macht und so kann es sein dass der vielleicht sogar mehr braucht wie ein arduino aber der kann halt auch mehr interfaces und features also interfaces im sinne von elektronik entwicklung und basteln und so nicht im sinne von computer schnittstellen wie man so einen großen pcs hat also das wahrscheinlich der esp 32 und der raspberry pi am besten ausgestattet arduino ein bisschen weniger aber eigentlich auch ganz gut und am wenigsten basteln kann machen im normalen pc weil da kann man halt immer nur irgendwelche fertigen kabel anstecken irgendwas mit räten und löten ist da eher schlecht dann komfort beim software entwickeln war mir auch wichtig klar auf dem pc kann man eigentlich am nettesten programmieren man hat eine starke maschine man hat die entwicklungsoberfläche direkt drauf laufen beim raspberry pi kann man es eigentlich so ähnlich machen das ist ja praktisch ein normaler computer halt ein bisschen weniger power aber reicht für ein editor oder vielleicht sogar eine kleine idee als nächstes kommt dann der esp 32 warum wenn man nachher sehen man kann quasi auch auf diesem ding arbeiten und der arduino ist also bei dieser interaktivität wahrscheinlich am schlechtesten wenn man da halt immer über idee das zeug halt drauf flasht also man arbeitet nicht direkt auf dem gerät sondern ist immer so ein bisschen indirekt beim preis ist klar pc am teuersten raspberry pi ist schon relativ günstig und diese dinge beziehungsweise arduino das sind die preiswertersten also der rein so der chip sind praktisch wenige euro so ein komplettes platinchen liegt meistens so bei 10 20 euro zu den innereien also übrigens was man da links gesehen hat das war der reine chip das silberne unten ist quasi so der modul deckel das ist also ein modul mit mehreren bauelementen drin und das ist der deckel dass es halt dicht ist und das obere was man da nur so als schwarzer streifen sieht hier dieses element hier das ist die wlan antenne sieht es ein bisschen schlecht aber da ist eine antenne aufgedruckt so sieht das ding aus wenn man den deckel runter macht das sieht man also den eigentlichen esp 32 der chip mit acht füßen was drunter ist ist der flasch chip und rechts daneben ist glaube ich quarts und dann halt noch so diverser kleinkram kondensatoren widerstände und so weiter das ist also alles unter diesem deckel dran man sieht auch oben wo ant steht wie antenne da ist also diese print antenne auf der platine aufgedruckt es gibt auch welche wo dann steckbaren anschluss haben zu der cpu das ist also nachfolger von dem esp 8266 das hat vielleicht der ein oder andere schon gehört das ding ist recht populär so internet of things und esp 32 ist also der noch stärkere noch besser ausgestattete nachfolger das ding läuft bei 3,3 volt also ein bisschen aufpassen wenn ihr so ältere arduinos gewohnt seid die sind eher fünf volt und stromverbrauch fängt bei 5 mikroampere an wenn das ding im tiefschlaf modus ist und nicht arg viel tut und geht hoch bis 260 milliampere wenn halt wlan und bluetooth und die zwei kerne alles halt voll power läuft das ist ein 32 bit mikrocontroller auch ganz nett also man kann da ein bisschen komfortabler wenn man so low level programmier sprachen nutzt programmieren arduino ich glaube 8 bit wenn ich recht weiß oder ja dann das ding hat zwei cross zweimal 240 megahertz also auch ziemlich viel dampf was hat arduino so 16 20 ja also irgendwann hat mal geschrieben das wäre so ähnlich wie ein pentium 2 also ich habe es jetzt nicht nachgecheckt also legt mal nicht auf die gold waage aber das ding hat ganz schön dampf für mikrocontroller die zwei kerne werden übrigens standardmäßig so verwendet dass der eine kern quasi sich um ip protokoll und netzwerk kram wlan kümmert und der andere kern ist quasi oder application prozessor wo man seinen eigenen code drauf laufen hat wenn man aber ein bisschen low level drauf geht kann man das auch selber so ein bisschen vom scheduling her bestimmen dann gibt es noch einen ultra low power prozessor das ist also ein ganz kleines ding das kann nicht viel und das dient dazu dass wenn man das ding in schlafmodus versetzt dass man trotzdem noch ein bisschen was machen kann zum beispiel irgendwelche pins abfragen auf irgendwelche flanken an pins also quasi auf externe interrupt zu reagieren der ulp prozessor kann also vom hauptprozessor mit dem kleinen programm gefüttert werden und dann sehr sehr stromsparen praktisch messwerte sammeln und wenn man dann so ein paar messwerte gesammelt hat dann kann man quasi den großen prozessor aufwecken und der kann dann halt eine ip verbindung aufbauen und das zeug hat dann die messwerte quasi irgendwo hinschicken vom ram ausbau sind es 520 kilobyte also für pc verhältnisse nicht viel aber für mikrocontroller verhältnisse doch ziemlich viel also bei anderen mikrokontrollen hat man so zwei kilobyte manchmal je nach typ halt mehr oder weniger das bezieht sich auf das sogenannte brum modul also man kann es ein bisschen schlecht lesen aber hier steht rum 32 drauf das ist so eine unter klassifizierung von dem chip man kann auch eins kaufen das heißt brauche da kriegt man sogar noch mal vier megabyte ram zusätzlich das ist über einen externen chip dann realisiert der seriell glaube ich angesteuert wird also ist ein bisschen langsam diese vier megabyte ram aber halt besser langsames ram wie halt gar keins das ist insbesondere dann bei peyzen auch interessant weil peyzen wisst ihr vielleicht hat gerne ein bisschen mehr ressourcen also es geht auch ohne diese vier megabyte erweiterung aber wenn man einkaufen kann mit ist vielleicht auch keine schlechte idee und der chip unten dieser achtfüßige ist so ein übliches vier megabyte flash modul also auch seriell angeschlossen dann zu den fähigkeiten habe ich hier nur kurz zusammengeschrieben also man kann die normale digitale i o machen über pins halt digitale ausgänge digitale eingänge also general purpose i o nennt man das man kann pulsweiten modulation machen die ist übrigens in hardware realisiert also man muss da nicht irgendwie von hand rum wackeln sondern man muss dem ding nur sagen die frequenz dieser duty cycle und dann wackelt er quasi von alleine touchpad ist auch sehr lustig einfach ein draht daran stecken wenn man das berührt merkt der mikrocontroller dessen gibt einen anderen wert aus die üblichen bussysteme i2c i2s spi dann uart ist eine ganz normale serielle schnittstelle halt mit den üblichen 3,3 volt pegeln in dem fall rmt ist was besonderes heißt so viel wie remote da könnte man quasi eine infrarot led außen ranhängen und da kann man ein bitmuster einfach ins rahm legen und dem ding sagen hier ist das bitmuster bitte zu diesem pin raus jagen und dann tut er quasi per hardware einheit das raustakten und die led spielt dann halt fernbedienung und gibt halt irgendwelche blink sequenzen von sich campus kann es auch sd karten kann man anschließen bei dem sd gibt es noch so ein paar unter varianten die habe ich jetzt mal nicht alle aus aufgeführt digital analog converter hat es eingebaut analog digital als jeweils mehrere nicht nur einen und ein pre amplifier für den adc gibt es auch also man kann sogar ein bisschen verstärken ein magnetfeld sensor also ein hall sensor hat auch drauf und ein eingebauter temperatursensor hat es auch noch wobei gut wenn der eingebaut ist könnt ihr euch vorstellen messt ihr natürlich vor allem die temperatur des chips also jetzt nicht unbedingt die außentemperatur aber je nachdem wie viel ihr da drauf macht kann das vielleicht auch interessant sein dann eine besonderheit die haben also ältere mikrocontroller haben das nicht ihr habt wifi und zwar mit n also ein ziemlich moderner wifi standard also ac kann es noch nicht aber so ein kleines ding ist in auch völlig ausreichend es kann auch diese älteren langsameren standards und die haben auch so ein bisschen auf sicherheit wert gelegt das ding kann auch wpa 2 also somit verschlüsselung und allem das ist also das was dieser eine kann da vor allem dann treibt bluetooth kann es auch wobei ich glaube da klemmt es momentan noch ein bisschen in micro python ich glaube die haben das bluetooth noch nicht so wirklich angesteuert aber wenn ihr jetzt in c programmieren würdet könnt ihr das wahrscheinlich auch benutzen und so normales ethernet mit kabel geht auch allerdings ihr seht da hat es keine buchse dran also da müssen noch ein paar bauelemente ranhängen also so eine buchse ein paar widerstände vielleicht auch noch ein chip deshalb ist da ein sternchen dran weil halt das üblicherweise so development boards nicht drauf ist so sieht das ding dann in voller pracht aus das meiste habe ich schon erzählt eins habe ich nicht erwähnt und zwar dieser teil hier die haben crypto hardware drauf also könnte hardware beschleunigt rsa mit langen zahlen rumrechnen ihr könnt aes hardware beschleunigt machen ihr könnt schad 2 hashes rechnen hardware beschleunigt und ein zufallszahlen generater also random number generator ist auch drauf das findet man normalerweise auch nur auf größeren prozessoren nicht so klein kram quasi hier ist diese realtime clock und in der realtime clock ist auch dieser ultra low power prozessor drin power management unit und so ein bisschen speicher dass quasi dieser kleine prozessor hier so sich so ein bisschen was merken kann und das kann später der große prozessor hier dann quasi auslesen so jetzt kommen wir zu den development boards da wollte ich ein paar worte sagen weil ich habe da auch lange rumgesucht was da so alles gibt was ihr bis ihr darauf achten soll das ist welches modul da drauf ist ich habe es vorhin schon kurz erwähnt es gibt dieses warum modul das ist so das normale und es gibt dieses rover modul das ist das mit so ein bisschen mehr zusätzlich im ram drin dann fleuchten teilweise auch noch ältere chips rum so revision 0 chips da vielleicht auch ihr gucken dass er halt die die neueste revision kriegt also club revision 1 ist das immer noch da muss man also darauf achten dann gibt es natürlich relativ große platinchen sowas wie dieses hier es gibt auch ganz kleine platinchen aber die haben dann halt oft weniger anschlüsse rausgelegt also da kommt es ein bisschen darauf an was euch wichtiger ist wollt ihr möglichst viele pins haben oder wollt ihr möglichst kleines bord haben dann was auch heikel ist ist die breite und die breadboard eignung man sieht hier ich habe mein breadboard hier ein bisschen komisch bestückt das sind eigentlich zwei breadboards eins auf dieser seite und ich habe das so ganz komisch hier über die stromleisten drüber gesteckt das liegt ganz einfach daran wenn man das normal auf dem breadboard also ein breadboard drauf steckt dann ist man auf der einen seite am rand und kann nichts mehr zusätzlich einstecken nur auf der anderen seite hat man noch eine pin reihe frei und das liegt daran weil diese boards relativ breit sind wenn wir noch ein paar sehen wo schmäler sind also da beim einkaufen ein bisschen aufpassen je nachdem was ihr vor habt ihr könnt aber selbst wenn das falsche kauft diesen trick hier machen einfach zwei breadboards aneinander koppeln eine stromleiste dazwischen dann kann man auch so arbeiten dann die es gibt sehr viele verschiedene modelle und hersteller so die übliche ausstattung ist dass ihr halt eine micro usb buchse dran habt so wie ich hier auch und da ist dann halt ein usb nach uart wandler drauf als usb nach seriell ist einer der üblichen chips also linux erkennt den sofort bei windows müsste glauben treiber installieren uns ist auch ein 5 volt nach 3,3 volt wandler drauf weil der chip läuft damit 3,3 und aus dem usb kommen ja nur fünf raus auch sehr oft vertreten ist eine lithium akku ladeschaltung was man allerdings relativ oft schlecht rausfinden kann also wenn da jemand was weiß wird mich auch interessieren ist das jetzt lithiumionen ist das liefepo oder was geht da alles konnte ich nicht rausfinden also insbesondere bei den chinesen steht es meistens nicht so wirklich dabei also wenn da jemand was weiß wird mich interessieren was da alles geht oder wie man das feststellen kann und wenn man also so ein akku anschließen kann ist also entweder so eine kleine ladebuchse dran manchmal sind die sogar so freundlich dass sie ein stückchen kabel noch bei legen mit dem passenden stecker oder was es auch gibt ist dass auf der rückseite von der platine so eine 18 650 standard zellen halterung drauf ist wo man also so eine fertige zelle praktisch reinstecken kann oled display gibt es auch hier und da habe ich hier auch eins drauf wenn wir nachher sehen dann für die funker es gibt ein loga funk modul auf manchen boards lora ist ein long range heißt wohl funksystem da kann man also ein paar wenige messwerte quasi nach hause damit funken so über einen kilometer oder vielleicht sogar mehr nicht mit wifi oder so verwechseln reichweite ist viel länger und die datenrate ist viel viel niedriger also man kann da keine megabytes oder gigabytes drüber pumpen das ist nur für so ein paar einzelwerte mehr oder weniger gedacht und es gibt auch modul systeme wo so aus mehreren platinchen bestehen wo man so huckepack dann zusammenstecken kann ist hier zum beispiel nicht der fall das ist schon ganz normales aber es gibt auch so kleinere mit steckmöglichkeit ich habe mal so ein paar der üblichen boards rausgesucht oder vor allem die wo so eine kleine besonderheit haben man sieht hier das ist ein schmales modul hier links eine reihe frei und hier rechts eine reihe frei das modul ist schmäler wie das was ich jetzt gerade auf dem board habe also wenn ihr sowas hier machen wollt mit einem breadboard halt so ein schmäleres modul nehmen man sieht auch der chip ist so ein bisschen mehr in der höheren bauform nicht so arg in die breite gezogen das ist dieser wauer chip der also diese vier megabyte zusatz ram noch drauf hat da unten sieht man micro usb hier die ladeschaltung für lithium akku das hat sogar noch ein sd card slot dann hier so spannungsregler usb seriel wandler und meistens sind noch zwei taster drauf wo man also dann drauf drücken kann für reset und ähnliches und hier oben ist in der regel die wifi antenne manchmal ist auch hier in dieser gegend ein wifi anschluss für so ein miniatur koaxial kabel das hier ist ein anderes platinchen mit diesem funk zusatz zeug was man hier auch so andeutungsweise sieht dieses schwarze objekt hier das ist ein oled display man sieht es ein bisschen schlecht aus ist so da ist so eine schutzfolie drauf und hier halt die üblichen zwei knöpfe micro usb und da oben hat es einen antennenanschluss wahrscheinlich für diese lora antenne und links und rechts seht ihr praktisch jeder ausgang kann alle möglichen funktionen haben die sind also alle mehrfach belegt je nachdem was ihr dann halt konfiguriert was man bei dem lora ding beachten muss die ganzen gelben sachen die sind quasi reserviert für das lora hardware also die muss man sich wegdenken weil da hängt schon was dran genauso ist bei dem oled display das ist natürlich auch irgendwo angeschlossen also man hat da nicht ganz so viele anschlüsse wie jetzt auf einem modul wo halt nichts groß dabei ist hier noch ein anderes sieht man auch hier oben oled display das blaue da ist von der schutzfolie hier ist der esp 32 hier ist der micro usb hier ist so ein bisschen ladeelektronik und hier unten drunter man sieht es nur ein ganz kleines bisschen schnell plastik fassung da kann man so eine 186 50 standard lithium zelle reinpacken also das hat quasi die batterie oder den akku gleich mit dabei auf der gleichen platine hat allerdings den nachteil könnt ihr euch vorstellen wenn ihr hier eine steckerleiste einlötet nach unten dürft ihr sie nicht einlöten weil da ist ja die batterie da kann man es dann nicht mehr stecken und wenn er sie nach oben einlötet dann müsst ihr das ding mit dem display nach unten aufs breadboard stecken also das ist das ist nicht besonders breadboard geeignet das ist mehr so zum drehtelose draufstecken oder zum irgendwie anderweitig in den design integrieren also was ich auch noch sagen muss diese usb-buchse hier ist nicht wahnsinnig stark befestigt also ich habe kürzlich ein vernichtet wenn ich da bis sie zu starken kabel belastet habe also die ist so per smd draufgepappt die bricht also auch mal gerne ab also ein schalter hat es auch noch ist bei vielen boards nicht der fall hier ist so ein kleiner schalter wo man ein ausschalten können hier ein modul etwas oder ein bord etwas neuere bauart man sieht da steht pico d4 dabei das ist ein neues package man sieht das ist jetzt nicht mehr dieses große modulgehäuse dieses silberne sondern nur ein relativ kleiner chip also ist hier ziemlich stark vergrößert man sieht es an der micro usb-buchse hier und die boards haben also die eigenschaft dass diese breite hier auch relativ schmal ist also auch breadboard freundlich man kriegt zeug daneben ins breadboard rein und halt auch sonst sehr kompakt hier oben ist so eine 3d antenne also nicht nur diese normale zick zack gedruckte sondern irgendwie so ein bisschen anders aufgebaut hier ist ein spannungsregler hier die üblichen zwei taster hier der usb nach seriellwandler und hier war es natürlich irgendwie condensator oder irgendwas oder eine fuse vielleicht also hier pico d4 die dinger kommen jetzt so langsam auf den markt das geht gerade erst richtig los also die sind relativ neu also normale große bauform heißt nur esp 32 und pico d4 diese kleine bauform und so sieht es dann auf dem breadboard aus man sieht das sind also auf beiden seiten zwei reihen sogar frei nicht nur eine weil das ding einfach halt kleiner ist das hier habe ich kürzlich auf twitter gesehen hat mir auch sehr gut gefallen ich weiß allerdings nicht ob das irgendwo käuflich zu erwerben ist aber das ist natürlich sehr hübsch gemacht er hat die beschriftung direkt an den pins dran oben hat er auch noch mal zumindest die nummer daneben geschrieben neben die pins und da ist auch dieser pico d4 kleine controller drauf micro usb hier so eine keramische antenne also das hat mir vor allem wegen dieser geschichte hier gut gefallen weil manchmal lassen sich die zahlen da oben ein bisschen schlecht lesen wenn man sie so in original größe vor sich hat so soviel zur hardware jetzt noch etwas zur software man kann natürlich hergehen und deswegen so ganz normal in c programmieren wie halt so andere microcontroller auch dafür gibt es vom hersteller die sogenannte idf also iot development framework ist halt im prinzip eine programmier umgebung für c was der hersteller auch selber gemacht hat er hat für die arduino ide die kernkomponente programmiert dass man das quasi in die arduino ide mit integrieren kann also man hat dann halt so die übliche ide die man von arduino gewohnt ist kann aber trotzdem halt dieses ding damit programmieren das basiert auf gcc also von knut c compiler ohne ist für linux mac und für windows verfügbar außer c gibt es auch noch lua habe ich jetzt allerdings selber noch nichts damit gemacht javascript gibt es auch noch würde ich jetzt vielleicht auf so einem ding auch nicht unbedingt machen und natürlich micro python deshalb bin ich hier kurzen paar worte zu preisen allgemeinen für die wo es noch nicht kennen also preisen ist eine sehr high level sprache also ganz anders wie c bc tut man sich ja mehr so um diverse kleinigkeiten oft kümmern bei peisen ist man da also irgendwie so ein paar levels höher in der regel das ist auch interpretiert und nicht kompiliert wobei ist nur die halbe wahrheit also manchmal gibt es so ein zwischen code dass also so zwischen code generiert wird erstmal und der dann interpretiert wird heutzutage hat man üblicherweise die in c geschriebene peisen implementierung also die würde es haben programmieren müssen haben halt sie programmieren müssen damit andere leute der python programmieren können es gibt auch noch ein paar andere ist jetzt aber hier nicht relevant und das nette ist halt man hat relativ mächtige kontrollstrukturen und datenstrukturen muss sich nicht um so viel kleinkram kümmern man kann relativ einfach relativ schnell sehr viel machen es gibt eine gut ausgebaute standard bibliothek wo halt sehr viele sachen schon fertig drin sind und das ding kümmert sich alleine um die speicherwaltung als ihr müsst nicht wie in c und dauert mit malloc und free und so rum machen und ja nichts vergessen damit man keinen speicher lag hat peifen macht es automatisch das problem ist aber ein bisschen so das normale peifen was jetzt auf dem pc installieren würde das zieht sich schon mal so ein paar megabyte rein das wäre also hier dafür jetzt nicht geeignet und deshalb gibt es micro peifen das ist eine importierung wo halt speziell für wenig ram und wenig flash verbrauch und auch wenig cpu verbrauch optimiert ist die läuft als auf solchen mikrocontrollern und sogar auch noch auf einer nummer kleiner als auf dem vorgänger esp 8266 funktioniert micro peifen auch man muss sich aber so ein bisschen im riemen reißen dass man halt nicht zu viel speicher sich da rein zieht weil der hat halt nur sehr begrenzt speicher bei dieser micro peifen portierung ist außer der eigentlichen peifen kernkomponente auch nur so ein paar zusätzliche sachen dabei weil ihr habt ihr da kein betriebssystem drin das ist nicht wie ein raspy wo man noch so ein linux drunter hat da ist also außer dem peifen zum mehr oder weniger nichts drauf in dem fall stimmt es nicht ganz dass so ein realtime mini operating system drin aber es gibt mikrocontroller da ist wirklich sonst nichts und deshalb ist zum beispiel was das wlan angeht und irgendwelche ip adressen bekommen dhcp machen und so das ist quasi auch im micro peifen mit drin aber wenn man irgendwie geschwindigkeitsprobleme hat oder irgendwie so ein bisschen was effizienter programmieren muss weil es mit dem normalen peifen nicht geht kann man also auch in c programmieren und dann ist sie extension schreiben man könnte praktisch so den high level code bequemen peifen programmieren und nur da wo es wirklich darauf ankommt zu den letzten tag zyklus noch raus optimieren da würde dann halt sie benutzen benutzen kann man das ganze auf zwei arten man kann als interaktiv auf dem gerät arbeiten das nennt sich dann rappel heißt so viel wie read evaluate print und dann loop also wieder von vorne anfangen das heißt man kann was ein tippen und drückt enter der evaluiert es für das aus zeigt einem das ergebnis und wartet auf die nächste eingabe wenn wir nachher sehen oder man kann auch einfach source code da drauf kopieren das ist als ein kleines dateisystem drauf und wenn man das ding dann halt main py nennt dann tut er deshalb halt beim booten starten so ein paar tools die man brauchen kann damit ihr wisst nach was er googeln müsst es gibt ein tool das heißt esp tool py und das ist als allererste was er braucht weil wenn ihr das ding einkauft ist da halt irgendein demoprogramm drauf irgendwelche lustigen grafikeffekte macht wo mehr so zu testzwecken da ist ihr wollt ja auch ein mikropeifen drauf machen deshalb esp tool nehmen doku kurz lesen flash löschen und flash mit mikropeifen programmieren das werden wir wenn die zeit noch reicht auch vielleicht ganz am schluss noch machen ich mache es jetzt nicht am anfang sonst ist das zu riskant es gibt auch sogenannte mikropeifen utilities oder kurz mpy utils da ist ein fuse dateisystem drin fuse heißt so viel wie ihr könnt diesen esp mountain in ein bestimmtes verzeichnis und wenn ihr in das verzeichnis rein guckt seht ihr die python dateien die auf dem mikrocontroller sich befinden also ist so ein kleines dateisystem drauf es gibt auch mpy upload das ist mehr so ein ftp ähnliches tool wo man einfach eine datei kurz hoch schieben kann also ohne dass man zuerst mount und copy und unmount machen muss und wo hat nur diese eine datei dann transferiert als terminal programm wenn linux oder ähnliches benutzt könnt ihr einfach screen benutzen halt die tv usb null üblicherweise nehmen und 115.200 bit pro sekunde angeben das ist so die geschwindigkeit wieder dann über diesen usb nach serielwandler mit dem controller kommuniziert wenn ihr aus green wieder raus wollt steuerung a und k also so wie heißt so viel wie kill da fragt er dann noch mal jetzt sagen dann seid ihr wieder draußen was die doku angeht müsste teilweise noch die alte doku lesen vom esp 8266 weil das esp 32 zeugisch erst grad ins haupt mikropeifen rein gemerkt worden und die haben jetzt also da noch keine eigene doku aber das meiste stimmt überein und die sachen wo nicht übereinstimmen die findet man dann auch irgendwo so wie kann so ein micro python code aussehen das ist jetzt mal so dass heller wird wird der mikrocontroller ich hole mir aus der time bibliothek die sleep funktion aus der maschinen bibliothek das pin objekt oder die pin klasse dann sage ich ich hätte gern pin 12 als ausgang konfiguriert und dieses pin objekt wird dann dem namen led zugewiesen und dann halt einfach eine schleife mit vier durchgängen led an machen bisschen warten led ausmachen bisschen warten und wieder nach vorne und dann blinkt das ding rum man sieht also das ist eigentlich relativ einfach lesbar das hätte doch wahrscheinlich auch ohne erklärung verstanden das komplizierteste wahrscheinlich für nicht python programmierer sind wahrscheinlich ersten zwei zeilen das sind halt einfach vorhandenen code weiter benutzen aus der standard bibliothek oder aus dieser micro python bibliothek dieses pin punkt out ist übrigens einfach eine konstante das quasi innerhalb vom pin objekt ist eine konstante definiert wo halt ausgang dann signalisiert und die kriegt man halt über diese punkt geschichte kann man darauf zugreifen so jetzt kommen wir quasi so ein bisschen zum demo teil jetzt würde ich das einfach mal ein bisschen vorführen also wie man damit screen drauf geht was das ist rebel bedeutet normale ein ausgabe puls der zweiten modellation touchpad ich hole mal das hier ein bisschen nach vorne na jetzt muss man die fenster richtig kriegen so also hier sieht man ganz links da steht env in klammern ich bin jetzt also gerade in einem virtuellen environment von python drin wo ich diesen ganzen kram installiert habe also diese tools und so ein paar skripte und ich habe mir für das was man so üblicherweise braucht ein paar ganz simple skriptchen geschrieben zum beispiel esp 32 terminal da steht dann nur diese eine screen zeile drin mit der richtigen bitrate oder esp 32 mount da steht halt dieser views aufruf mit dem richtigen port mit der richtigen bordrate und mit dem verzeichnis was ich üblicherweise benutze drin man kann das auch ein tipp nur sich aus der history holen ich habe mir halt einfach diese zwei shortcuts gemacht so ich tue jetzt einfach mal dieses esp 32 terminal ausführen also im endeffekt dann screen so jetzt sieht man erstmal eigentlich gar nichts da blinkt jetzt nur so ein cursor aber spätestens wenn ich auf steuerung c drücke kriege ich hier so drei größer zeichen und das ist das sogenannte rappel also read evaluate print also read ich kann jetzt hier was ein tippen evaluiert ist und er zeigt mir das ergebnis an und dann wartet auf die nächste eingabe so dass es nicht das ist nicht allzu spannend ich kann einmal sie was wilderes machen also damit wäre zum beispiel so ein c schon überfordert weil es diesen wert nicht mehr in 32 bitte rein kriegt 64 vielleicht auch nicht also merkt python hat kein problem mit langen integers wenn die 32 bit nicht mehr reichen wird er einfach dynamisch angebaut vermeiden natürlich alle overflow und andere flow probleme die man sehr üblicherweise so hat was es hier auch gibt ist eine help funktion und ein teil ist jetzt oben rausgerutscht also man sieht man kriegt interaktiv so ein bisschen hilfe das ist jetzt alles auf diesem chip was man gerade zieht also ich mache jetzt gerade nichts unter linux das ist alles dieser chip hier steuerung d zum beispiel ist ein reboot da startet dann mein programm hier wieder man sieht der punkt da fängt auf einmal rennen an als jetzt tut er gerade python code was ich da drauf programmiert habe ausführen steuerung c kann ich den code abbrechen man sieht sie stehen geblieben der punkt läuft nicht mehr und jetzt kann ich halt wieder interaktiv was machen so zum thema interaktiv ich hole mir jetzt einfach mal aus der maschinen bibliothek dieses pin objekt hier oder diese pin klasse ich hole aus der time bibliothek die sleep funktion so und jetzt sage ich mal halt die led ist der pin 26 mit den ausgang beziehungsweise ich nenne es mal nicht led werdet ihr nachher sehen warum ich nenne es einfach mal out so und jetzt kann ich zum beispiel schon mal sagen dieses 1 0 ist übrigens invertiert das werdet ihr gleich sehen also wenn ich hier eins macht sieht man hier bei der led gar nichts die ist dunkel aber wenn ich null macht sie da ist ein bisschen arg hell also da wo es jetzt so hell weiß leuchtet da ist die led das liegt an der beschaltung man kann das auch so beschalten dass eins an ist 0 aus aber ich habe es jetzt hier gerade andersrum also heller wird funktioniert ich könnte jetzt noch eine schleife außenrum bauen und das ding blinken lassen das geht alles ziemlich einfach aber vorhin auf der folie schon gesehen ich will jetzt aber ein bisschen was interessanteres machen und zwar ich hole mir aus maschinen nochmal was und zwar dieses pulsweiten modulations die klasse pwm so und jetzt kann ich zum beispiel sagen ich hätte gerne pwm instanz und dann benutze ich halt diese klasse und das einzige was die jetzt unbedingt haben will ist halt ein ausgang als ich kann das ausgangsobjekt was ich vorhin schon gemacht habe kann ich dieser klasse geben so von wegen da bitte pulsweiten modulation realisieren und man sieht ja das ist wohl schon irgendwie initialisiert gewesen da tut sich schon was also an der led sieht man jetzt nichts weil man nicht schnell genug gucken können aber ich habe parallel zur led noch ein lautsprecher geschaltet da hört man also da geht was und hier kann man zum beispiel die frequenz einstellen ich kann jetzt social einfach mal sagen ich hätte gern ein herz und jetzt sieht man auch wieder was an der led und ich kann dadurch deshalb heißt pulsweiten modulation auch den sogenannten duty cycle einstellen der hatten werte bereich von 0 bis 1023 also wenn ich da zum beispiel jetzt 250 einstellen dann ist eine phase relativ kurz und die andere phase ungefähr dreimal so lang man sieht also an der led die schützt gerade meistens an zu drei viertel und so ein viertel ist sie aus ich kann es auch andersrum machen jetzt ist sie meistens aus und immer nur ganz das kurz an und das nette ist ich habe hier kein programm laufen ja ich bin da immer noch vom eingabeprompt der macht das gerade selbstständigen hardware ich muss nicht per software irgendwelchen pins wackeln ich sage dem einfach nur die frequenz und den duty cycle und dann macht er das und wenn ich die frequenz halt entsprechend höher einstellen dann kann man also auch was hören noch mal ein bisschen weniger so und ist klar so was kann man halt für irgendeinen piepsel verwenden hört man ja gerade was man aber auch machen kann ist dass man damit eine led heller und dunkler macht wenn ich hier zum beispiel sagt duty cycle 0 ist jetzt auch wieder invertiert dann ist die dauernd an also volle helligkeit wenn ich sag duty 100 dann ist theoretisch ein bisschen dunkler geworden hat man aber gerade nicht gesehen noch mal 300 man sieht es nicht so ganz toll das liegt auch an der art und weise wie ich es beschaltet habe hier die led ist nicht eigentlich nicht direkt im pwm dran sondern in der stromversorgung vom lautsprecher reingeschaltet also normalerweise kann man da eine led von ganz aus bis ganz anhalt über den duty cycle regeln und ist sparsamer wie wenn man da einfach ein vorwiderstand davor schaltet um sie jetzt dunkler zu machen oder ein transistor halb durch steuert oder sowas so ich mache das mal wieder aus hier also es gibt eine d in it funktion hier ich hoffe mal dass die ja ok also leds ansteuern speaker ansteuern blinken lassen was auch immer also alles was irgendwie regelmäßig ist das können wir gucken was wollte wir noch machen das soll ja den touchpad der geht auch ziemlich einfach so ich habe ja von vorhin sie gerade mal gucken nee das hatte ich in den anderen pin angeschlossen hin ich glaube zwar zwei als ich machen jetzt noch mal ein pin von maschinen hole ich mir mal das touchpad klasse so dann sage ich einfach touchpad gleich und das ist so ähnlich wie vorhin auch das willen pin als eingabeobjekt haben und ich habe in dem fall pin 2 und dann auch noch was nettes wenn man so interaktiv arbeitet angenommen ich weiß jetzt nicht mehr wie die funktion oder die methode heißt die jetzt eigentlich aufrufen will ich kann jetzt einfach die tab taste drücken und der sagt mir was es für methoden gibt also in dem fall es schritt was ich benutzen will und siehe da der gibt mir zahlt hier irgendwelche werte raus so 960 rum und wenn ich jetzt einfach mal hier an die isolation von dem kabel ran lang das sieht man der wert ändert sich schon ein bisschen der ist ein bisschen runter gegangen der ist jetzt immer so bei 850 rum obwohl ich nur die isolation angefasst habe und wenn ich jetzt wirklich ans metall ran fast von diesem touchpad dann geht er noch viel weiter runter das habe ich nur noch 100 also man sieht die messewerte schwanken natürlich so ein bisschen weil es im prinzip ein analog wert ist aber ich kann super einfach ich brauche nur irgendeinen pin und draht anschließen schon habe ich eine touchpad funktionalität ich brauche keine externe elektronik das wird im endeffekt soweit ich weiß über eine art sägezahn gemacht was da drauf geschaltet wird über bestimmte kapazität oder widerstand und sobald ich eine kapazitive last drauf gebe indem ich daran lang bricht praktisch die spannung zusammen und das ist das was wir dann hier messen können also ist quasi die amplitude vom vom signal was der hier raus gibt kann insgesamt zehn touchpads der controller also könnte man sogar 0 bis 9 oder irgendwie sowas machen oder ein klavier oder irgendwie sowas also man sieht geht super einfach sogar interaktiv ich muss jetzt gar keinen source code schreiben und da drauf laden für komplexere programme würde man das natürlich aber machen daher machen wir jetzt mal im nicht interaktiven teil weiter und zwar wir tun das ding jetzt einfach mal mounten da benutze ich mal dieses skript also das halt dieser mp y views aufruf drin so sieht es aus wenn man eine fehlermeldung kriegt also die ist ein bisschen länger bei python weil da so ein kompletter traceback oft dabei ist nicht erschrecken das wichtige steht am schluss device or resource busy ist klar ich habe hier oben noch das terminal laufen und es kann halt nur einer die serielle haben deshalb steuerung a und k wie kill und dann halt jetzt sagen terminal beenden und dann klappt es auch mit dem mountain der mount übrigens sagt nicht viel der macht einfach seinen job und bleibt dann im prinzip in dem mount code hängen also der läuft die ganze zeit deshalb brauchen wir noch ein zweites fenster und da kann ich jetzt einfach mal gucken was in diesem mount point drin ist und man sieht da liegt ein ganzer haufen python zeug drin also das mnt verweist jetzt direkt auf diesen flash in diesem controller und ich kann da ganz normal mit einem kleinen dateisystem arbeiten das ist nicht arg groß aber so ein bisschen python source braucht man auch nicht wahnsinnig viel platz und da ist jetzt also code und ich kann jetzt zum beispiel irgendeinen file manager ich nehme mal diesen midnight commander mal nehmen und gehe hier auf der einen seite in das mnt rein das ist also das was momentan auf dem controller ist links und rechts habe ich mal so ein paar sachen vorbereitet also das hier ist zum beispiel ein oled ping pong da hole ich mir auch aus time sleep das screen habe ich selber geschrieben das tut einfach auf diesen oled display der komplette bildschirm füllen praktisch mit dem was man sagt ja dann habe ich hier so eine ping pong funktion die kriegten wert i und die tut einfach ein sternchen im prinzip an index i horizontal hinmalen und ansonsten halt leerzeichen und oben noch ein paar leerzeichen drunter noch ein paar leerzeichen dass es halt in der mitte vom bildschirm ist tut ein bisschen warten und hier unten das hier oben ist eine funktion die wird nur dann aktiv wenn ich sie aufrufe hier unten ist keine funktion das ist quasi das hauptprogramm das wird sofort aktiv wenn das modul geladen wird da ist einfach eine endlosschleife drin und da tut er halt von 0 bis 14 zählen macht ping pong die eine richtung tut von 15 bis 1 zählen macht ping pong die andere richtung und das ist das was hier schon drauf geladen war also das brauche ich jetzt nicht drauf kopieren ich drücke einfach mal auf reset und siehe da er spielt ping pong also dieses eine ist ein sternchen man sieht es etwas schlecht aber das wandert jetzt halt rüber und rüber das ist jetzt also dieses oled display die oled display sind übrigens üblicherweise monochrom also wenn ihr was buntes haben wollt aufpassen nicht dass ein monochromes kriegt aber so kann ich also ohne jetzt seriell was angeschlossen zu haben kann ich da auch messwerte ausgeben oder eine ip adresse oder was auch immer also so ein kleines oled display ist eigentlich ganz praktisch so jetzt machen wir mal ein anderes stück das ist schon wie mein terminal abgestürzt warum auch immer ich mache es auch gleich wieder größer da sieht man jetzt wie ich das virtual environment von micro python aktiviert das ist so die methode die man üblicherweise benutzt wenn man viel mit python arbeitet dass man nicht alles auf einem haufen hat sondern dass man es beispielsweise getrennt in verschiedenen ordnern hat so dann wieder den interessant völlig neue effekte midnight commander will irgendwie nicht mehr leben noch mal das hatte ich jetzt so auch noch nicht ja ok machen wir es halt ohne also virtual environment aktivieren so ich gucke mal kurz in den mount point hier rein ah ja das ist das problem ach ja ich weiß auch warum das solltet ihr vermeiden was ich gerade gemacht habe ich habe gerade während ich gemountet hatte der fuse mount hier unten läuft ja noch und ich habe einfach auf reset gedrückt das ist natürlich ein bisschen wüscht weil dann zerlegt das ding natürlich komplett ja und deshalb spinnt das hier unten gerade auch rum also ich muss den da unten auch kurz starten frisch starten ja das sind so die gags die man in live demos haben will ja ok ich mache vielleicht noch kurz den ssid scan beziehungsweise ihr könnt es euch vorstellen also i2c kann man ähnlich einfach ansprechen wie pwm auch man macht sich so ein i2c objekt sagt dem halt wo sda und wo scl ist an welchen pins und dann kann ich zum beispiel mit so licht sensoren kommunizieren oft gibt es auch fertige bibliotheken für so sensoren wenn man einfach mal ein bisschen googelt also muss nicht den ganzen code selber schreiben und wlan ansprechen ist auch super einfach ähm da gibt es also ein fertiges wlan objekt und im endeffekt sagt man dem nur die netzwerk kennung und das passwort und der rest macht es dann automatisch hier wollte ich eigentlich noch flashen spare ich mir jetzt vielleicht die kommandosäte hier und müsst halt dem tool sagen welchen chip ihr programmieren wollt und den chip als erstes vielleicht mal einfach löschen dass er im cleanen zustand ist und als zweites dann halt mit right flash die micro python firmware drauf programmieren die könnt ihr euch bei micropython org runterladen dort halt auf esp32 klicken und das einzige was ein bisschen unintuitiv ist ist dieser offset hier dann müsst ihr halt aus der doku übernehmen dann könnt ihr das micropython drauf machen und gestern habe ich gemerkt seit einer woche ungefähr gibt es jetzt auch deep sleep und real time clock funktionen die haben seither gefehlt also das ding könnt ihr ja schlafen legen und bei bestimmten events wieder aufwachen lassen ja das war die letzte folie hier noch ein paar urls ein kleiner hinweis noch wenn ihr aus der nähe von stuttgart zeit wir machen dort einmal im monat ein esp32 meeting mit micropython und so also wenn euch das thema interessiert einfach diese url mal angucken da stehen die termine und die uhrzeit und alles genau drauf ansonsten das ist mein e mail und ja haben wir noch ein bisschen zeit für fragen danke fragen ja hier bitte also ob ich die folien online stelle ich glaube ich habe die url angegeben im konferenzsystem also eigentlich müssen wir da direkt drauf klicken können vielleicht prinzipiell sollte es so sein es sei denn du hast dich dagegen entschieden das video von dem kompletten vortrag inklusive der hier gelaufen ist online gestellt wird und dann auf unserer seite abrufbar ist also man kann die folien auch einfach slides punkt com slash thomas waldmann das sind meine ganzen vorträge liegen darum die obersten sind jetzt die hier also slides wie slideshow punkt com thomas waldmann man sieht auch die url hier oben im browser wenn man es lesen kann noch fragen hier bitte die frage ist ob es rf id bibliotheken gibt ich würde vermuten ja ich habe jetzt aber selber noch nicht danach gesucht aber es ist ein relativ populäres thema also vermutung ist ja einfach mal rf id micropython esp 32 oder überhaupt esp googeln dann würde man sie wahrscheinlich finden ganz hinten bitte also der chip kann bluetooth aber micropython das ist glaube ich noch im werden also noch kein interface zum micropython wenn man allerdings in c programmieren würde könnte man die bluetooth funktion wohl ansprechen also kein normales bluetooth und bluetooth low energy kann also der chip ist die hardware vorhanden also die frage ist ob man was kaputt machen kann wenn man irgendwelche mehr oder weniger groben fehler macht also im prinzip wahrscheinlich ja also wenn ich jetzt natürlich irgendwie zwölf volt auf den eingang drauf schalte das verträgt er wahrscheinlich nicht allerdings ich habe hier relativ wüsch teilweise einfach auf ausgänge leds nach masse geschaltet ohne vorwiderstand also so eine strombegrenzung hat er wohl drin also da hat nichts geraucht meines wissens nicht also die frage war ob das lora in python schon geht in micropython aber meines wissens ist da noch nichts passiert ja 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 also hinweis war es gibt quasi so ein kleines tell net dass man halt über netzwerk über wlan auf das ding drauf kommt und nicht hier so ein usb kabel jetzt mit seriell benutzt wie ich es hier gemacht habe noch eine frage könnten wir noch ja ne meines wissens haben die alle wlan und bluetooth das lora modul hat halt zusätzlich dann noch lora dabei also praktisch dann 33 funk standards so dann vielen dank für den vortrag ich denke du bist wahrscheinlich auch noch ein bisschen im haus ja also weitere fragen auch gerne noch draußen ich bin den ganzen tag da mich einfach greifen und oder per e mail ok danke danke